Moin Leute, meine Frau, ich und unsere zwei Kids haben 2020 ein älteres Haus, Baujahr 1976, auf dem Land gekauft. Das Haus war energetisch so lala, also Energieklasse D, mit Öl beheizt und hat so ungefähr 220 Quadratmeter Wohnfläche, wobei der Wohnkeller von uns als Keller genutzt wird und wir real auf 160 Quadratmeter beheizte Fläche kommen. So wie viele im Moment haben wir natürlich überlegt, ob wir uns eine Wärmepumpe zulegen und das brachte direkt mehrere Probleme mit sich. Ja, das erste war, wir haben nach dem Hauskauf natürlich nicht unbedingt das Geld locker sitzen und möchten nicht direkt den nächsten Kredit aufnehmen. Und das zweite ist, wir haben halt einfach gar keinen Installateur gefunden, der es für einen halbwegs normalen Preis machen würde. Deswegen habe ich mir was einfallen lassen und zwar ein dezentrales und hybrides Heizsystem. Das hat uns tatsächlich nicht mal 10.000 Euro gekostet, es hat unsere Heizkosten quasi halbiert und wir konnten es nach und nach installieren, wodurch wir das ohne Kredit hinbekommen haben. Und das Ganze machen wir jetzt seit circa einem Jahr und sind relativ zufrieden damit. Ich erkläre euch heute, was ich gemacht habe, wie teuer das Ganze war, wie viel wir jetzt an Betriebskosten noch haben und welche Vor- und Nachteile das System halt auch hat. Und auch Tipps, wie ihr das zum Beispiel umsetzen könnt, wenn ihr möchtet und das für euch natürlich Sinn macht, denn das ist natürlich jetzt nicht das Konzept für jedermann. Ja, unser Heizkonzept besteht quasi aus genau drei Teilen. Also der erste Teil, das sind die Raumheizungen, also die Klimaanlagen quasi. Das hier ist das Innengerät, das hängt man innen auf, das ist das Außengerät, das kommt nach außen und das sind nichts anderes als hocheffiziente Luft-Luft-Wärmepumpen, die gleichzeitig nicht das Problem haben, dass man irgendwie andere Heizkörper braucht oder sowas. Denn es ist wirklich ein perfekt in sich abgestimmtes System und das funktioniert abgeschlossen, so wie es ist und das immer optimal. Bei uns zu Hause sind es jetzt momentan fünf Stück an der Zahl. Das geht auch mit weniger, ich erkläre euch das gleich aber noch. Ja, der zweite Part, das ist diese Brauchwasser-Wärmepumpe. Damit mache ich jetzt unser Warmwasser und die hat ungefähr einen 300 Liter Tank, kann das Wasser bis auf 65 Grad erwärmen und die Brauchwasser-Wärmepumpe ist ungefähr drei bis viermal so effizient wie diese Ölheizung hier. Ja, das dritte ist, und das wird, glaube ich, einige verwundern, der dritte Part ist diese Ölheizung, die ich gerade noch so ein bisschen verteufelt habe, denn im Moment ist es tatsächlich so, dass wir bei tiefen Temperaturen tatsächlich noch diese Ölheizung brauchen, um zuzuheizen, weil im Wohnzimmer haben wir es halt so ein bisschen zu niedrig ausgelegt und es kann sogar umwelttechnisch und auch finanziell Sinn machen. Das ist auch erstaunlich, aber das zeige ich euch gleich noch. Ja, also dezentral quasi, weil ich viele kleine Heizungen habe und dann nicht eine große Zentrale, so wie es meistens der Fall ist, und hybrid, weil ich momentan, wenn auch nur selten, noch die Ölheizung verwende. Das erkläre ich euch aber gleich nochmal im Detail. Jetzt gehen wir erstmal ein wenig tiefer in mein Konzept und gucken mal, wie genau ich das alles gemacht habe. Also super, viele werden jetzt direkt fragen, warum hast du nicht einfach eine ganz normale zentrale Wärmepumpe genommen, also eine Luft-Wasser-Wärmepumpe? Bei uns war das tatsächlich gar nicht so eine gute Option, und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, habe ich eben schon erwähnt, wir haben gar keinen Installateur gefunden, der das für uns machen wollte, und zwar für einen halbwegs bezahlbaren Preis. Vier von fünf Installateuren haben abgesagt oder sind halt nicht gekommen, also haben zugesagt, kamen dann aber nicht. Der eine war viel zu teuer und hat uns direkt davor gewarnt, dass er bei uns auch zu einem Heizkörpertausch oder am besten sogar Fußbodenheizung raten würde. Und das war uns zu krass, denn dann hätten wir alle Fliesen im Wohnzimmer rausreißen müssen, und am Ende war es uns dann auch einfach zu teuer. Deswegen waren wir natürlich auch ein bisschen verzweifelt an der Stelle. Der zweite Grund ist, ein mega Vorteil bei dem System ist, du kannst es halt nach und nach einbauen, und das ist halt cool. Also du kannst wirklich schrittweise umsteigen, du musst es nicht alles auf einmal machen. Und genau das habe ich auch getan. Also ich habe quasi alle paar Monate immer eine neue Klimaanlage dazu gekauft, und am Ende dann die große Brauchwasser-Wärmepumpe, um dann auch unser Warmwasser da mitzumachen. Die Kosten des Ganzen und auch die Ersparnis, die ich dadurch hatte, die zeige ich euch am Ende des Videos. Okay, aber das heißt jetzt quasi, ich habe die Ölheizung Stück für Stück abgelöst. Und so war es nicht notwendig, irgendwie einen neuen Kredit oder so aufzunehmen. Das war halt wirklich, also ich fand fast, das war fast der größte Vorteil. Zudem konnten wir auch so ganz entspannt ausprobieren, ob das Ganze überhaupt funktioniert für uns. Also das fand ich halt auch mega geil. Also wir hatten halt, wie gesagt, erst mal ein so ein Ding, dann hast du es in einem Zimmer mal getestet und gemerkt, hey, das klappt, das stört uns nicht, wir finden es echt in Ordnung. Falls das nicht gefällt, dann hast du es ja immer noch zum Kühlen. Also ich meine, das ist ja jetzt auch kein rausgeschmissenes Geld. Also das fand ich schon mal ganz nett. Ja, warum ist das Ganze so praktisch im Altbau? Naja, die Klimaanlagen hier, die haben einen riesigen Vorteil. Die sind, wie gesagt, ein geschlossenes System und das ist perfekt aufeinander abgestimmt und ist halt unabhängig von der Dämmungsart oder dem bestehenden Heizkörper und dem ganzen Kram, den man schon hat, die Leitung und so weiter. Also die Effizienz ist im Altbau einfach nicht gemindert, dadurch, dass es ein Altbau ist. Und das ist natürlich einer der größten Vorteile an dem System. Aber ihr braucht natürlich trotzdem sehr viel Strom, wenn ihr eine scheiß Dämmung habt. Das tut ihr mit Fossilen dann aber ganz genauso. Die Energie geht dann so oder so flöten. Also das ist jetzt völlig egal, mit welcher Heizung. Das ist im Prinzip einfach immer scheiße. Was die Effizienz angeht, so ist es so, dass Luft-Luft-Wärmepumpen im Mittel so ungefähr drei bis fünfmal so effizient sind, wie eine Gas- oder Ölheizung. Und das bleibt natürlich auch. Also auch hier im Altbau. Und das ist das Schöne. Und sie können halt kühlen und trocknen zugleich, falls man das irgendwie benötigen sollte. Als Allergiker kann das im Sommer natürlich eine echte Hilfe sein. Die Effizienz der Klimaanlagen, die steht den großen Brüdern, also den zentralen Wärmepumpen, eigentlich so ziemlich in gar nichts nach. Zieht euch das Bild hier rein. Da könnt ihr es sehen. Da ist der sogenannte Scope. Das ist der Seasonal Coefficient of Performance. Und der sagt aus, wie effizient eine Wärmepumpe, gemittelt über das Jahr, also bei verschiedenen Temperaturen, eigentlich so funktioniert. Und das für euer Gebiet quasi. Ein Scope von vier würde also bedeuten, dass sich viermal mehr Wärmeenergie reinbekommt, als ihr Strom reingesteckt hat. Das ist keine Zauberei. Das ist ganz einfache Thermodynamik. Denn ich pumpe die Wärme von außen mit diesem Gerät nach innen und gebe sie dort wieder ab. Das heißt, ich erzeuge gar keine Wärme mit dem Strom, sondern ich pumpe sie rein. Und das ist der Unterschied. Und ja, das funktioniert natürlich auch bei Minustemperaturen. Und auf dem Bild oben, was ich euch gezeigt habe, da seht ihr natürlich auch, dass die Klimaanlagen in derselben Liga spielen, wie die zentralen Wärmepumpen. Also auch hier ist kein Riesenunterschied. Ja, das mag euch wundern, aber zu Spitzenlasten. Und mit Spitzenlasten meine ich jetzt sehr tiefe Temperaturen. In meinem Fall ist es so, um den Dreh bei minus 5 Grad Celsius, kann es tatsächlich sinnvoll sein, nochmal auf Öl oder Gas zu gehen. Warum? Dafür gibt es tatsächlich genau drei Gründe. Bei uns ist es der erste Grund, im Wohnzimmer reicht es einfach noch nicht. Das heißt tatsächlich, in unserem relativ großen Wohnzimmer ist die Klimaanlage, die ich da eingebaut habe, bei sehr kalten Temperaturen, echt unterdimensioniert im Moment. Hier werde ich auf Dauer nachrüsten und dann wären wir auch tatsächlich komplett unabhängig von Höhl, könnten also dann wirklich auf die Ölheizung verzichten. Im Moment geht es mit dem Hybriden-System aber wirklich super, weil es nur ein paar Tage im Jahr sind und es ist auch einfach schnell gemacht, das umzustellen. Ja, zweitens ist es günstiger, denn zum einen haben wir noch 4000 Liter Öl im Tank und bei unserem übrig gebliebenen Verbrauch von circa 400 Litern im Jahr kommen wir damit noch grob 10 Jahre hin. Fragwürdig, ob die Heizung überhaupt noch so lange hält, aber gut. Ich meine, wir haben es jetzt erstmal, warum also nicht nutzen. Jetzt kommt noch ein zweiter Effekt dazu und zwar der Wirkungsgrad, genauer gesagt die Leistungszahl der Wärmepumpe, nimmt mit kälteren Temperaturen ab. Ganz einfach, weil sie dann mehr pumpen muss. Das kostet dann halt mehr Energie. Tatsächlich gibt es aber auch eine Temperatur, ab der es günstiger sein kann, mit Fossilen zu heizen. Ich habe das für unseren Fall mal nachgerechnet und zwar mit dem Wärmepumpenrechner von Dr. Holzei, welcher auf meiner Webseite unter Tools zu finden ist. Also akkudoktor.net, guckt gerne nach. Das Ergebnis seht ihr hier. Die hybride Lösung, also meine, ist etwas günstiger als eine reine Wärmepumpe in unserem Fall. Also jetzt auch ohne das gekaufte Öl, sondern tatsächlich der direkte Vergleich. Wobei der Unterschied jetzt hier minimal ist, wie ihr seht. Was aber erstaunlich ist und das finde ich auch wirklich interessant. Von der Klimabilanz muss es nicht mal schlechter sein. Das ist jetzt auch der dritte Punkt. Temporär kann es klimafreundlicher sein. Warum? Der Strommix hat natürlich auch Emissionen, da wir noch Gas, Kohle und so weiter verbrennen. Im Prinzip sind alle Fossilen hier auf dem Bild sauhoch und die Regenerativen natürlich deutlich niedriger. PV zum Beispiel ist auch nicht genau null von den Emissionen, weil die Produktion dort einbezogen wird. Nur so zur Info. So was hat das jetzt mit meinen Wärmepumpen zu tun? Naja, wenn ich bei sehr kalten Temperaturen, wenn da der Wirkungsgrad oder die Leistungszahl sinkt, brauche ich einfach mehr Strom. Und der Strom erzeugt momentan einfach Emissionen. So ist das. Und zwar ziemlich ordentlich. Hier seht ihr, wie viel CO2 im letzten Jahr in die Luft gepustet wurde für Strom. Also an ganz wenigen Tagen bei sehr kalten Temperaturen kann es je nach Wärmepumpe, zumindest jetzt noch, also in Zukunft sieht es wahrscheinlich anders aus, klimafreundlicher sein, seine Ölheizung anzuwerfen. Und das ist kein Scheiß. Ich weiß, das klingt komisch, aber momentan ist das temporär wirklich der Fall. Hier könnt ihr nochmal sehen, wie die Bilanz für meine Heizung jetzt aussieht. Also genau mit dem Wärmepumpenrechner von eben. Und ihr seht hier in der Mitte, wir pusten kaum mehr CO2 in die Luft, als mit der reinen Wärmepumpe. Also hier ist tatsächlich so der Fall, dass es eigentlich fast keinen Unterschied macht, wenn wir zumindest bei sehr kalten Temperaturen momentan noch auf die Ölheizung umsteigen. Also das finde ich ein ganz interessanter Punkt. Also was hat mich das Ganze im Vergleich zu einer zentralen Wärmepumpe für unser Haus gekostet? Also quasi vom Fachmann mit Förderung im Vergleich zu dem, was ich jetzt gemacht habe. Fangen wir erstmal mit meinem System an. Ich zeige euch mal die Preise vom letzten Jahr und auch noch die aktuellen Preise, also Mai 2023. Denn da gab es noch eine saftige Steigerung und dann könnt ihr halt irgendwie sehen. Und wie immer, ich habe nichts mit den Shops irgendwie am Hut. Ich bin da auch ganz normaler Kunde gewesen und die Shops stehen auch alle unten in der Beschreibung. Wenn ihr wollt, könnt ihr draufklicken, aber könnt auch gerne selber suchen. Da gibt es eine Menge. Also ich habe insgesamt fünf Klimaanlagen gekauft momentan für insgesamt dann 4.690 Euro. Das war damals der Preis. Heute würden die 5.120 Euro kosten. Also schon eine ganz ordentliche Steigerung in meinen Augen. Dann nochmal fünfmal Installationsmaterial für 500 Euro, also die Kältemittelleiterung, die Halterung für das Außengerät und so weiter. Rauchwasserwärmepumpe natürlich die große. Das ist das Ding von Stiebel, Eltron. Und die hat mich mit Einbau und Material circa 3.800 Euro gekostet. Das heißt, für mein gesamtes Heizsystem habe ich 8.990 Euro bezahlt. Und das ist alles eine hocheffiziente Wärmepumpe. Das muss man mal so sagen. Jetzt werden einige sagen, naja, hast du das selber gemacht? Oder wie war denn das eigentlich? Und da ist es tatsächlich so, ihr könnt eine Förderung in Anspruch nehmen. Ich glaube, die liegt gerade bei 25%. Ich werde in den nächsten Wochen aber nochmal ein Video dazu machen. Und da gab es jetzt echt viel Durcheinander mit den Förderungen für Klimaanlagen. Aber es gibt eine, so viel kann ich sagen. Ich selbst hatte aber das Glück, Freunde mit einem Kältemittelschein zu kennen, sodass wir uns einfach gegenseitig geholfen haben. Und gut, also das hat halt auch funktioniert. Das heißt, da hatte ich natürlich einen kleinen Vorteil. Das muss ich zugeben. Zum Vergleich, ich habe gesagt, die zentrale Wärmepumpe für unser Haus, also wenn wir die in Anspruch nehmen würden und das mit Förderung von 35% und einer Fußbodenheizung, die wir wahrscheinlich oben benötigen würden und wenn, dann würde ich es auch, glaube ich, dann einmal ordentlich machen. Da legen wir dann bei 31.000 Euro. Also wie gesagt, inklusive Förderung, also es ist schon erheblich teurer alles. Okay, wie viel haben wir denn jetzt eigentlich gespart mit meinem System im Vergleich zu der alten Ölheizung? Fangen wir einfach mal mit der Klimalösung an. Also die Brauchwasserwärmepumpe, die braucht so am Tag 2,96 Kilowattstunden ungefähr im Schnitt. Die Ölheizung lief so circa 30 Tage bei 12,5 Liter Öl am Tag und die verbraucht zusätzlich auch noch eine Kilowattstunde Strom am Tag. Ja, auch eine Ölheizung braucht Strom. Die Klimaanlagen haben so circa 12 Kilowattstunden am Tag im Durchschnitt verbraucht. Okay, nehmen wir jetzt mal den Durchschnittspreis für 2022 für Strom. Der lag damals bei 36 Cent übers Jahr gemittelt und der Ölpreis bei grob 1,10 Euro pro Liter. 2022 hatten wir so ganz in etwa 200 Heiztage, also das heißt 200 Tage, an denen wir die Raumheizung an hatten. Warmwasser natürlich das ganze Jahr. So und von diesen 200 Tagen hatten wir wie gesagt teilweise, wenn es zu kalt war, die Ölheizung trotzdem an. Und das waren ungefähr 30 Tage, wo die an war. Also das heißt 30 Tage Ölheizung und 170 Tage mit den Klimaanlagen. Rechnen wir das einfach mal alles zusammen. Das heißt irgendwie für das Öl, was wir dann für diese 30 Tage hatten, waren es dann ungefähr 412 Euro. 10 Euro zusätzlich nochmal für den Strom, die eine Ölheizung in der Zeit gefressen hat. Fürs Warmwasser, also die Brauchwasser-Wärmepumpe, lagen wir bei 592 Kilowattstunden an Strom. Das sind dann ungefähr 213 Euro. Und für die Reimheizung, also für die Klimaanlagen, haben wir so 2040 Kilowattstunden Strom verbraucht, was dann so ungefähr 734 Euro an Stromkosten entspricht. Also insgesamt kommen wir damit auf Heizkosten von circa 1369 Euro mit dem Hybridsystem. Das ist ziemlich gut. Jetzt die Ölheizung im Vergleich. Also wie gesagt, vorher waren es so circa 15 Liter Öl am Tag. Das hatte ich in meinen anderen Videos schon mal gezeigt. Wobei da hat sich rausgestellt, dass es ein Problem beim Warmwasser gab, weil die Zirkulation so saumäßig viel verbraucht hat. In dem Video habe ich das erklärt, wenn ihr das nochmal genauer sehen wollt. Rechnen wir das einfach mal raus. Dann sind wir so bei 12 bis 13 Liter am Tag ungefähr. Ich nehme jetzt mal 13,5 hier für die Rechnung. Das macht aber jetzt nicht schrecklich viel aus. Also wir haben dann ungefähr einen Verbrauch von so 2700 Liter Öl. Das passt auch ungefähr mit dem, was wir bisher so hatten. Also so ungefähr 2970 Euro an Kosten fürs Öl plus die 200 Kilowattstunden, die die Ölheizung noch an Strom nimmt, was dann 72 Euro entspricht. Und damit käme ich dann auf 3042 Euro Kosten fürs Öl. Also mit der Hybridheizung spare ich so ganz roundabout 1600 Euro im Jahr und das fand ich jetzt schon ziemlich geil. Das ist schon eine Hausnummer. Ja, ein weiterer spannender Punkt und den fand ich wirklich interessant. Die Klimaanlagen, die heizen einen Raum verdammt schnell hoch. Unser Verhalten war mit der Ölheizung auf jeden Fall ein ganz anderes. Also wir haben da viel konstanter geheizt. Im Moment regeln wir echt so rauf und runter. Einfach, weil es möglich ist. Jetzt ist die Frage, wie viel macht denn das aus eigentlich in Heizkosten? Und ich habe mal probiert, das irgendwie auszurechnen. Das ist nicht ganz einfach. Ich kann es aber machen, indem ich den alten Verbrauch unserer Ölheizung einfach nehme und mit dem Verbrauch der Klimas vergleiche quasi. Ja, ich weiß ja ungefähr, was dann bei selber Energie rauskommen müsste eigentlich. Und da gibt es eine Differenz. Und dann kann ich ungefähr einschätzen, okay, so viel Unterschied muss also unser Verhalten ausmachen. Die Klimas brauchen so 15 Kilowattstunden Strom am Tag. Also mit der Brauchwasserwärmepumpe dann zusammen mal die 170 Tage, mal Leistungszahl von vier, so Pi mal Daumen. Da komme ich ungefähr auf 60 Kilowattstunden Energie am Tag. Wenn ich jetzt die 30 sehr kalten Tage der Klimaanlage noch mit einrechne, wo ich ja momentan auch unsere Ölheizung einfach immer mal wieder verwende, dann komme ich schätzungsweise auf 72 Kilowattstunden. Okay, jetzt schauen wir uns mal an, was die Ölheizung an Energie bringt. Die braucht so, wie gesagt, 12,5 Liter am Tag. Ja, das nagelt mich jetzt nicht auf einen halben Liter fest. Mal ungefähr 10 Kilowattstunden pro Liter. Also so ist der Heizwert ungefähr. Und das ergibt 125 Kilowattstunden an Heizenergie. Wenn ich jetzt sage, ich habe so einen Jahresnutzungsgrad von circa 80 Prozent, also so einen Gesamtwirkungsgrad der Ölheizung, dann liegen wir so ungefähr bei 100 Kilowattstunden. Wenn wir das jetzt vergleichen mit den 72 Kilowattstunden, dann haben wir so ungefähr tatsächlich 30 Prozent Ersparnis durch das veränderte Heizverhalten. Wie gesagt, das ist ein ganz grober Wert. Über die Rechnung kann man sich streiten, aber so Pi mal Daumen wird das schon hinhauen. Und das fand ich spannend. Ja, grundsätzlich muss man einen Kältemittelschein haben und mit Kältemitteln wie jetzt R32 in dem Fall zu hantieren. Denn das Mittel ist relativ klimaschädlich. Zum Beispiel in meiner Klimaanlage, also auch hier in dem Ding, ist ein Kilo R32 enthalten. Das entspricht ungefähr 700 Kilo CO2. Also das, könnt ihr euch so vorstellen, ist so der Ausstoß von einem Diesel ungefähr über 2500 Kilometer. Jetzt noch die andere Frage, wie ist es irgendwie mit Förderung und so weiter. Da ist es halt irgendwie so, es gibt eine Förderung im Moment. Ich erkläre euch das aber nochmal im nächsten Video. Mit Förderung hat man die Kosten für die Installation eigentlich raus, mehr oder weniger zumindest. Also ein Großteil damit zumindest. Und dann ist es ja eigentlich nicht mehr so dramatisch. Also dann kann man es eigentlich ganz gut machen. Jetzt auch so eine Frage, brauche ich denn unbedingt einen Installateur? Nee, braucht ihr tatsächlich nicht. Also es gibt ja auch solche Geräte und das ist irgendwie ein ganz geiles Teil, finde ich. Das ist hier im Büro quasi, so ein kleineres Zimmer. Das braucht jetzt hier nicht so schrecklich viel Power. Und im Sommer möchte ich hier auch ganz gerne kühlen, weil wie gesagt Allergie und ich kann nicht gut lüften und so ein Scheiß. Deswegen ist das ganz nett. Und die kann tatsächlich ohne Installateur installiert werden. Und das ist so ein Teil von Remco. Das ist ein deutscher Hersteller auch. Und ich finde es richtig gut bisher. Und das ist nicht so ein Monoblock, wie ihr den vielleicht kennt. Also so ein Monoblock mit einem Schlauch, den ich zum Beispiel aus dem Fenster hänge. Das ist nochmal was anderes, denn das Teil hier, das pustet keine warme Luft vom Innenraum nach außen, denn das macht einen Monoblock und das macht den auch so super ineffizient. Sondern für das Teil muss ich zwei Löcher in die Wand bohren, aber keine Kältemittelleitungen verlegen. Das heißt, diese Löcher in die Wand bohren, das darf ich selber machen. Und man hat aber trotzdem fast die Effizienz von einem Klima, also von einem Splitgerät, was halt eigentlich eine richtig geile Sache ist. Also ich habe praktisch die Effizienz eines Splitgeräts, aber ohne den Aufwand eines Installateurbesuches. Das ist schon irgendwie eine coole Sache. Leider ist das Teil aber mit 1800 Euro nicht gerade billig, muss ich sagen. Bisher bin ich aber echt zufrieden, also auch was die Lautstärke angeht. Und im Vergleich zu meinem alten Monoblock, also hört man das Ding praktisch gar nicht. Also der war halt richtig laut. Deswegen, das finde ich ziemlich cool. Aber ich mache ein paar Wochen nochmal einen detaillierten Test, nur für euch zur Info. Also wie gesagt, ich finde das Teil echt ganz interessant. So ganz kurz doch mal ein paar Nachteile des Systems oder so Dinge, die ihr wissen solltet, damit ihr wisst, macht das für mich überhaupt Sinn oder nicht. Natürlich macht so eine Klimaanlage einen Luftzug und je nachdem kann man hier auf sogenannte Truhengeräte ausweichen oder eine moderne Klimaanlage nehmen. Zum Beispiel Remco hat tatsächlich eine mit einem Bewegungssensor. Der checkt dann quasi, wo ihr steht und passt den Luftstrom automatisch so an, dass er von dir weglenkt. Zudem funktioniert das Teil bis minus 30 Grad und hat eine saugute Effizienz. Und nein, ich bekomme kein Geld von Remco. Ich beschäftige mich momentan nur damit, was ich als nächstes holen könnte, insbesondere für unser Wohnzimmer. Weil, wie ich schon erwähnt hatte, sind wir da noch so ein bisschen unterdimensioniert. Ein weiteres Problem ist schon, wenn ihr eine hohe Raumanzahl habt. Also ihr habt einfach sehr, sehr viele kleine Räume, dann ist das vielleicht nicht so günstig. Bei uns ist das das Gegenteil der Fall. Wir haben eher große Räume. Das heißt, wir haben große oder für wenige Räume, sodass ich mit relativ wenig Innengeräten auskomme. Ihr könnt jetzt hier aber auch zum Beispiel sagen, naja, ich will nicht alles ersetzen, sondern ich will zum Beispiel nur Räume, wo wir oft sind, einfach mit einer Klimaanlage ausstatten. Dann heizt ihr damit einfach dazu und dann regelt die Ölheizung ja automatisch runter oder eure Gasheizung, je nachdem, was ihr habt. Also auch damit könnt ihr Geld sparen. Das funktioniert genauso. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass das die total perfekte Lösung für jedermann irgendwie ist. Das ist auf gar keinen Fall. Aber es ist ein möglicher Weg und an den denken nicht viele. Also das ist halt tatsächlich, ich glaube für einige ist es eine gute Sache halt. Und ich glaube für viele ist es auch nicht der schlechteste Weg. Also überlegt es euch ruhig mal. Nehmt es einfach mal mit und denkt mal drüber nach. Vielleicht ist das für euch gar nicht mal so eine dumme Idee. Ich weiß, es klingt erstmal ein bisschen schräg, es funktioniert aber. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Inspiration geben und vielleicht ist das System ja auch etwas für euch. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Meine Güte, was habe ich da für eine Kappe geschrieben?